Hallo, was geht? Einen wunderschönen Tag zur neuen Folge GTA 5 mit Daniel, Anne, Hör die Flocke, Hotline, Udi Kapuze, Mauro, Payne, Alex und Makatsu. Wer ist denn die Gurke? Wer ist die Gurke? Ich bin das Brötchen. Und wer ist der Sachse? Ich bin rausgefahren. Das ist dein Brötchen, Sachse. Was für ein Brötchen hast du denn? Die waren so lange im Backofen. Warst du das mit Flocke, die ist rausgefahren? Rausgeschoben, dachte ich. Anjo, anjo. Anjo. Ich muss wissen, wer das ist. Wer ist der Weiße vor mir? Wer ist der Weiße neben Anne? Ich. Oh, dann hab ich doch den richtigen gestoppt. Ich dachte, krass. Man verwirrt, dass alle Weiße waren. Ich hab Flocke unter die ganzen Weißen. Oh. Flocke fliegt in der Kurve leider raus. Nein. Nein, du konntest nicht aus eigenem Erwerb. Ich hab mich gegen Mario gebraucht. Gürtchen, gürtchen. Hab ich jetzt noch versprochen? Fack du! Welches Arsch noch war das? Alter, das war krank. Welcher Arsch? Du hast es genau gesehen. Das war überhaupt nicht. Alex. Es war irgendwie dringend. Ich sag gar nichts. Habe ich noch nicht genug? Nee, Ketchup. Alle recht. Ketchup. Das ist nicht Rönstler. Ich hab was ne Geschichte gelernt. Aber rechts ist schneller als nicht. Ja, rechts ist schneller als nicht. Ja, jetzt denkt an die Trick. Rechts ist schneller und besser. Hände rechts ferns. Hast du mehr Gast? Scheiße, hallo. Wie? Das war gut. Deswegen bin ich da jetzt weiter. Ich war nie Erster. Ja, ich hätte das gut gemacht damit. Ich auch. Ich nicht. Tatsache nicht. Wessen wir, wir hatten den drauf. Hallo! Hallo! Hanna hat mich einfach getötet. Daraus einfach runtergesprungen! Hanna hat mich einfach gekillt so. Hanna hat den Touch auch mit der... Ich bin ja, ich bin ja nachdem. Hanna hat mich einfach mal schlug. Was ist das denn? Oder hin? Oh, das ist weg. Oder links sehen sie abgedreht oder so... Hanna hat mich einfach auf einmal nicht aufhörter was. Du siehst auf einmal nur was im Bildes schreibt... oder in keinem Auto... Warte... Huich! So, jetzt! Hatu! Äh, ich bin schon das Ding rüber. Nein! Hattest du dich? Hattest du dich? Nein! H�! HANDER! W snapped! Was war das denn?! Warum ist Julie denn vorne? Julie ist nicht vorne, du bist einfach nur hinten. Nee, ich bin vier da. Dritter meine ich. Du bist dritter? Warte mal, sie hat doch den Punkt nicht bekommen. Moment mal, ich bin auch 40, ich hab den Punkt noch nicht bekommen. Ach du heiter. Ich hab die Vlogger einfach gelogen, damit sie sich nicht rammt. Nein, bin ich. Heiter. Falscher Punkt. Anne, du keine Blume, komm her. Lass dich blüchten, komm her. Maru, was soll das? Was? Das Finger ist schneller. Dieser Finger hat deutlich schneller. Kann man da noch was reißen oder nicht? Der Antilope geht immer. Es geht ja nix. Mein Ketchup ist leer. Kapuze ist ja wieder so dieser Messwert, ob du raus bist oder nicht. Ich bin raus. Tschüss. Flocke. Flocke. Schau mal, ich muss nicht getrocknete Ketchup so. Ja, komm mal. Ich bin ein Barbecue, Mann. Ey, getrocknetes Ketchup? Ein knuspriges Ketchup ist so wunderschön oder nicht? Hä? Aber nicht alles, was getrocknet ist, ist knusprig. Wenn meine Badehose getrocknet ist, fang die doch nicht an zu knuspern. Wenn du sie in den richtigen Wetter trocknest, wird es knuspern. Wenn du sie in den richtigen Wetter trocknest, wird es knuspern. Bei minus 40 Grad kann ich nicht knuspern. Mach, wo kommst du denn her? Wenn du sie in den richtigen Wetter trocknen willst, dann gibt es nur Unterschiede. Was kann man mit minus 40 Grad fliegen? Alles. Das geht doch auch nicht drauf, wenn du sie in minus 60 Grad hocknest. Juli, jetzt los. Windschatten boost. Das wurde getötet vom Ketchup. Los, Juli, Windschatten wieder nehmen. Und dann... Alla order! Ich hab voll draufgeglocke gegen die Waffe. Was? Los, Juli, wir müssen einfach ran. Fahr rechts, wir fahren rechts. Ich hab dich gegen Monsterball flange gefahren. Und jetzt? Go, go, go! Juli, wo bleibst du denn? Du siehst gerade aus wie auf deinem Fenster. Juli, du musst vorbei ziehen. Du siehst gerade aus wie auf deinem Fenster. Du war da. Was war das? Was? 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 Wer ist hier alle? Ne, Juli, wieder los! Wir waren das! Ah! Juli! Den da vorne noch! Den da noch! Komm! Let's go, go, go! Der wurde getötet. Ich muss early boy raushauen! Early boy muss schmerzen! Early boy muss schmerzen! Nein, Entschuldigung, wir hätten noch einen gewohnt! Was ist das für ein Lappen? Wir haben eine Lappe, Ausgabe. Guck euch an, wer ein Zweiter ist! Auf die Strecke ist das oje. Wir müssen um die erste Kurve, bevor die anderen Windschatten haben. Oh, Hotter ist direkt auf dem Akku. Sorry! Ja, da hört man schon! Sorry! War eine erste Kurve! Anne? Nein! Sorry, Dalu! Hau mal einer Early raus! Neben dir, Anne! Oh nein! Hallo, Anne! Was geht? Ich hab mich zu sehr auf dich konzentriert! Die Kurve verpennt! Wie gehen sie? Wie gehen sie? Wie gehen sie? Weitere in die Pferde zu haben. Katja! Das kommt, also online, das dauert noch mal. Das wird doch nochmal verschoben. Oh Gott! Oh nein! Nein! Stunt, rennt mit Pferden! Cunning Stunt! Das ist sowas super! Ja, du musst aber Tickstatt machen mit dem Cowboy-Revolver. Oh! Komplett ohne Tick, hier hinten rauszuhauen! Das ist die Kurve! Ich bin nicht mit Winschatten! Ich bin nicht mit Winschatten! Ich bin nicht mit Winschatten! Wo warst du mit Winschatten? Oh Julie! Park! Ich wollte dem ausweichen! Wer war das? Die Kapuze! Ich bin doch raus! Oh Julie hat neu gesprochen! Ich bin nicht mit Winschatten! Alter, es gibt doch nichts! Ja, aber in der Luft ist es meistens schwer! Julie! Julie, warum schreit du eigentlich mich selber raus? Warum faust du dich eigentlich die ganze Zeit selber raus? Weil es ist kein anderes Schlaf! Oh! Moment, wenn das Evo mitfällt! Das ist C! Oh nein! Was war das denn?! Wer nennt sich GTA? Oh please, don't say it's not fun! Ich konnte nicht leken! Konntest du auch nicht leken, Alex? Ich auch nicht! Da! Oh! Da sind ein paar Leute in den Pool geflogen! Ja, oh! In den Pool geflogen! Wenigstens mehr Atmen! Los, Hodder! Was schafft das? Ja, natürlich! Natürlich! Ich bin Hodder und selbstbewusst bekriegen, dass wir... NEIN! Nö! Immerhin Entrast! Das ist schon immer so! Na, das passt die, ey! So klein ist es noch gar nicht! Und los! Es ist so schlecht! Bis zum Glück, was am liebsten! Oh! 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 Ich hab so weit gezogen! Ich hab so weit gezogen! Ich hab einen Salto gemacht! Einen hab ich noch! Ja, ich bin im Ziel, aber ich hab einen Salto gemacht! Und los! Ich kann das nicht! Oh shit! Ohhhh! Klappen! Hat mich so viel von dir vorbeigeschaut! Wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1 Cent habe ich getroffen und ich guck über das. Ja, das ist halt, glaub ich, auch noch random. Kannst du vielleicht ihre 10 Punkte erhalten? Nee! Ich glaube nicht, oder? Oder 5ter? Wenn du 8 Punkte hast, musst du 12 machen, mach mal nichts! Hä, wenn sie 8 Punkte hat, muss sie... das war eine weitere folge da schaut doch bei der waschmaschine vorbei